Wenn du still bist, verstehen dich nur Menschen, die dich fühlen. Kennst du das auch? Irgendwie gibt es immer diese Menschen, die ganz genau wissen, wie es einem wirklich geht, obwohl man gar nichts sagt. Diese Menschen fühlen dich. Wenn wir nichts sagen und still sind, spricht unsere Ausstrahlung für sich. Alles im Universum ist Energie in einem bestimmten Zustand. Wie wir uns fühlen, ist auch eine bestimmte Energie, die wir auf einer bestimmten Frequenz nach außen senden. Menschen, die wissen, wie es dir geht, obwohl du vielleicht ganz still darüber bist, sie haben die Fähigkeit, sensibel genug zu sein, diese Ausstrahlung von dir aufzunehmen und dich zu verstehen. Jeder Mensch kann das, nur sind die meisten in der heutigen schnelllebigen Welt abgelenkt von Social Media und so weiter und nehmen sich keinen Raum dafür, mal wieder in die Stille zu kommen. Deshalb als Tipp, probiere es heute Abend einfach mal aus und meditiere 10 Minuten. Du wirst merken, wie gut das deinem Geist tut und wahrscheinlich kannst du aus dieser Ruhe heraus andere Menschen besser verstehen. Wirst du es heute machen? Schreib es in die Kommentare. Ich glaube, dass es michCo want. Wir haben die ein Lebend�23-22-34-15-33-34- 3 ㅇährung.